Hallo, ich bin Gudrun und ich bin derzeit Präsidentin von Speakers Corner in München und das ist mein Vorstandsteam. Ich bin Ron und ich bin bei Speakers Corner, weil, natürlich, um meine Redefähigkeiten zu verbessern, angenehmes, positives, wertschätzendes Feedback zu geben, damit sich die Leute verbessern können und einfach besser, besser und besser werden. Ich bin Antonella. Ich bin bei Speakers Corner, weil ich total viel Spaß habe. Wir üben das Reden auf einem sehr hohen Niveau mit spannenden Themen und die Leute sind super nett. Jeder Clubabend ist ein richtiger Highlight. Hallo, ich bin Nina Wischnewitzka und ich bin bei Speakers Corner München. In unserem Club lerne ich, meine Lampenfieber unter Kontrolle zu haben. Mein Name ist Brigitte Herder. Als ich zu Speakers Corner gekommen bin, da hatte ich ein dickes Problem. Ich habe die Teilnehmer vollgeballert mit meinen PowerPoint-Folien. Ich habe gelernt, Wissen weiterzugeben, aber in einer Form, dass die Teilnehmer auch was mitnehmen und zu Hause umsetzen können. Und dieses Feedback erhalte ich jetzt auch in meinen Seminaren und Workshops. Und dann macht es natürlich total Spaß, in einer solch gemischten Gruppe, wie wir es bei Speakers Corner sind, weiter aktiv zu sein. Wir haben erfahrene Mitglieder, junge Mitglieder, die gerade anfangen. Ich bin Magbuja Özdemir Arslan und bin bei Speakers Corner in München seit Januar 2021. Als Vice President Education sorge ich dafür, dass jedes Mitglied seine Ziele erreicht, die Möglichkeit bekommt, viele Reden zu halten, um immer besser und besser zu werden. Als ich bei Speakers Corner anfing, hatte ich keine Ahnung, dass ich neben Vorträgen und Reden halten auch lernen kann, wirklich gutes Feedback zu geben, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, Teams zu führen und sogar Online-Vorträge zu halten. Macht mit! Kommt vorbei bei Speakers Corner. Speakers Corner hat viele Gesichter. Vielleicht gehörst du bald dazu? Wir freuen uns auf dich.